Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 17. Februar. Heute haben wir dabei HQ Trivia, Instagram, Sonic, Vodafone und Apple Karten. Beginnen tun wir mit HQ Trivia. HQ, erinnert sich noch einer? Die sind Ende 2017 gestartet und hatten ein Live-Quiz, wo alle in der Welt mitmachen konnten und man konnte echtes Geld gewinnen. Man musste halt 15 Fragen beantworten und die Reise ist jetzt langsam vorbei. Denn über die Jahre, aber es sind ja eigentlich nur ein bisschen mehr als zwei Jahre, ist das ein bisschen runtergegangen. Denn es gab halt andere Firmen, die das nachgemacht haben und es gab auch Cheater. Die Preise gingen runter und wie so oft, am Ende sollte die Firma übernommen werden und das hat nicht geklappt. Und deswegen ist HQ Trivia dead, also tot. Die machen den Laden dicht, alle 25 Mitarbeiter werden entlassen und ja, Schicht im Schacht. Schade im Prinzip, aber eigentlich hat es doch auch keiner mehr von euch gespielt, oder? Nächstes Thema, Instagram. Die passen jetzt ihre Werberichtlinien an für politische Anzeigen. Und warum? Denn es gab jetzt einen Fall, dass der Präsidentschaftskandidat Michael Bloomberg diverse Influencer, die Memes erstellt haben, bezahlt hat. Dass die ein Meme mit einem Chatverlauf erstellen, wo er fragt, dass man halt ihn cool machen müsste. Und das ist auch in Amerika durchaus durch die Decke gegangen. Und ja, keiner wusste, dass das eine bezahlte Kampagne war. Ja, und jetzt werden entsprechend Influencer halt auch angehalten über die neuen Richtlinien, dass sie das Branded Content Ads Tool benutzen. Das kennt ihr wahrscheinlich, wenn oben drin steht bezahlte Partnerschaften mit. Ja, das ist jetzt entsprechend angepasst worden. Und schauen wir mal, wie sich das auswirkt auf die, ja, Präsidentialen, nee, auf die politischen Anzeigen, sagen wir einfach mal. Nächstes Thema ist was ganz anderes. Sonic. Sonic the Hedgehog. Das ist ja das alte Sega-Spiel. Das kennen, ich hätte gesagt, die Älteren unter euch. Aber mittlerweile gibt es ja immer wieder auf den neueren Plattformen auch Spiele mit Sonic. Ja, und da kam jetzt auch ein Film raus und dieser Film hat das erfolgreichste Startwochenende in Amerika geschafft für eine Videospiel-Adaption. Also er hat mehr Millionen eingespielt als Direktiv Pikachu. Wie geht das denn? Das ist mir ein Rätsel. Ich habe übrigens auch nie Sonic gespielt. Ich habe aber auch nie Pokémon gespielt. Naja, am US-Wochenende hat der Sonic-Film 57 Millionen US-Dollar eingespielt. Direktiv Pikachu hat es damals nur auf 54,3 Millionen geschafft und weltweit hat Sonic 111 Millionen US-Dollar an diesem Wochenende eingespielt. Und besonders auch in England und in Mexiko ist der Film wohl relativ extrem gut gestartet und hat dazu beigetragen. Also, schauen wir mal, ob der noch ein paar andere Rekorde übertreffen kann oder ob das vielleicht einfach so bleibt, wie es ist. Nächstes Thema, Vodafone. Die hatten ja im Mai 2018 die Übernahme von Unity Media angekündigt und im Juli 2019 wird das von der EU-Kommission durchgewunken. Dann ist der Deal praktisch approved und konnte abgewickelt werden und nun wird die Marke Unity Media vom Markt verschwinden. Die Unity Media Shops, die haben ja bereits Vodafone Mobilfunkprodukte verkauft. Nun wird die komplette Marke rausgenommen und das Festnetz- und TV-Angebot generell auch unter Vodafone vermarktet. Ähnlich ging es ja auch so wie bei der Übernahme von Kabel Deutschland, die ebenfalls von Vodafone übernommen wurden. Das war 2013. Ja, also haben wir demnächst nur noch Vodafone als kompletten Gegenpol zur Telekom mit Unity Media. Das wissen ja die Zuhörer aus dem großen Geek-Talk. Habe ich ja auch nicht die besten Erfahrungen gehabt. Aber sei es drum und eine andere Sache, die vielleicht ganz schön ist, obwohl ich eigentlich Nutzer von Google Maps bin, ist, dass Apple-Karten jetzt auch Nahverkehrsinfos für Deutschland haben. Das ist sehr schön und wahrscheinlich haben die die gleichen Daten wie auch Google, denn die Daten kommen ja von den verschiedenen Verkehrsverbunden. Das heißt, wenn ihr Apple-Karten benutzt, dann seid ihr da jetzt ungefähr auf einem Level in Sachen Nahverkehr wie bei Google Maps und habt dann dynamische Abfahrts- und Ankunftszeiten, detaillierte Fahrpläne, Haltestellen und Anschlussinformationen und so weiter und könnt damit eure Route planen. Ja, und das war es dann auch mit der guten Nachricht. Verabschiede ich euch in eine neue Woche, habt einen großartigen Montag, bleibt positiv und ich hoffe, wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann, ciao, ciao. Hört mehr Geek-Talk.